Und die Tische stehen ganz anders. Alles wie die Kleine halt irgendwie. Die Klassengemeinschaft, das Klassengefühl. Das muss man ja schon auch richtig üben, dass man da irgendwie so das Gefühl dafür für die ganze Klasse behält. Wäre ich nicht Schüler gewesen einer Integrationsklasse, könnte ich mir vorstellen, dass ich damit größere Probleme gehabt hätte. Ich hab noch nicht mehr gesehen. Da hast du irgendwas gewonnen, oder? Erster Platz. Ich hab einen Agenten jetzt. Echt? Ja. Aber was machst du denn jetzt eigentlich? Willst du irgendwann mal rausziehen? Ich hab kausen Leute gesagt, komm mal, lass mich ausziehen. Aber sie lässt einfach nicht locker. Als kleines Kind hab ich schon mal viel fotografiert. Die Konkurrenz ist ja so krass groß. Hab ich's gelassen. Na, ich arbeite in einer Einrichtung von Menschen mit Behinderungen. Oh, da wohl ich unbedingt hin will. Eigentlich. Ich bin so schnell wie möglich wieder weg. Ja. 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 Amen. Amen.